Zwischen Himmel und Erde, ein Konzert im Treffenhaus. Die Idee war, von unten nach oben zu musizieren, von der Erde zum Himmel, den Weg von den dunklen, mystischen Tönen hin zu den immer heller werdenden Tönen. Das waren Gedanken, die wir uns gemacht haben und um die wir das Programm letztendlich dann auch gesponnen haben. Ich drücke jetzt dem Orchester die Daumen und vor allen Dingen auch den Selbstiridenten. Danke. 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 Danke.